Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Borg-Eftellendorf, Landkreis Merzig-Wadern, dieser Einsatz ging auch den erfahrensten Rettungskräften massiv an die Substanz. Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Dienstagnachmittag für Stunden die Landstraße 170 zwischen Eftellendorf und Borg blockiert. Gegen 15 Uhr krachten in einer an einer Kuppe befindlichen Kurve ein Lieferwagen und ein PKW frontal zu sammeln. Sofort fing der im Frontbereich völlig zertrümmerte PKW Feuer. Für seinen Fahrer kam jegliche Hilfe zu spät. Er konnte sich nicht mehr aus dem Wrack befreien und verbrannte an seinem Wagen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des in dem völlig verkohlten Fahrzeug sitzenden Mannes feststellen. Die beiden Insassen des Lieferwagens konnten sich zwar aus eigener.